Eine weitere Runde Sniper Elite 4 steht an. Wir sind auf der Karte Küstenstandort Magaseno. Aufgaben sind wie folgt aufgeteilt. Hier sehen wir nochmal die Übersicht. Also ein paar Sachen zu zerstören, ein paar Sachen einzunehmen, zu finden und so weiter und so fort. Also das Standardprinzip. Gut, dann gehen wir einfach vorwärts. Ach, wo kommen wir denn hier lang? Mensch. Ja, die Position ist natürlich schön. Aha. Oh. Ah, hier gibt es mal wieder... Übertont. Übertont. Oh, ich dachte, die fahren gegeneinander. Ssssss. Das ist eine gute Idee. Ich habe das andere. Ah, ich habe das andere. Ich habe das andere. Ich habe das andere, ganz offen. Okay. Okay. Na gut. Gucken wir mal, was wir da erledigen können so in der Zeit. Hä? Achso, den Funk hatte ich gar nicht gekillt. Ich dachte gerade schon dabei wäre der Speer. Okay. Okay. Wann hab ich denn geschossen hier drüben? Okay. Habe ich die anderen aufgeklärt? Hier so und hier so und hier so. Okay. 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 Hmm... I wonder if I can make that inspection officer's job a little more interesting. Es gibt mehr in diesem Ort, als in der Luft, die ich... muss ich vorsichtig sein. Ah, die schießen. Also nehme ich mir später dann durchaus Lärm. 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 Das war's für heute. 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 Ich habe noch erwarten. Ach du mal. Ja. Ich guck dich, bitte. Oh, da sind noch welche Zugekommen jetzt Wo sind sie? Da Da Und da Achso, die Munition, hatte ich das jetzt schon beantwortet? Die liegt da rum, also mal liegt sie rum oder hier diese Gewehrtypen da, das ist ja auch ein Gewehr, der trägt ja ein Gewehr Die kann ich natürlich dafür auch benutzen So, der Schuss wird jetzt gehört Aber ich habe eigentlich keine Gegner groß im Sichtfeld, die Jetzt hier groß auf die Suche gehen werden Hoffe ich Jetzt habe ich eigentlich alle so weit weg gekämpft Dass ich auf Distanz kämpfen kann Wie zum Beispiel gegen ihn hier Irgendwann, wenn ich ihn jetzt treffen könnte Sollte immer nur mal ein bisschen die Position verändern Nicht, dass sie dann wissen, wo ich bin und mich dann aktiv angreifen Das ist dann die schlechtere Option Den musste ich jetzt mal nehmen Ich den nicht mehr sehe Irgendwo war hier vorne noch einer Also sie suchen mich eh nicht mehr Gerade Also die Position ist nicht mehr bekannt für sie Von dem her kann ich jetzt wieder auf Distanz kämpfen Jetzt wissen sie wieder, wo der Schuss gebrochen ist Also sie haben den Schuss brechen hören Hier läuft noch einer Aber ist nicht schlimm Oh, ich habe noch zwei normale Schuss Dann muss ich gleich mal Munition sammeln gehen Natürlich Ich habe noch mehr zu finden Hier Tja, aber wie man jetzt hier gerade sieht Fahre ich gerade nicht wirklich an Munition Na, dann muss ich wohl Munition mal wechseln Ich habe noch nicht mehr Ich habe noch nie Ich habe noch ihn Ich habe noch belongings Ich habe noch nicht mehr Na, schon. Ah, shit. Zu lange gedauert. Oh, shit. Ich kann nichts anderes finden. Ja, ich habe fast keine Amo. Ich glaube, ich habe den roten Schuss erst. Ich glaube, ich habe alles, was ich kann. Ich glaube, ich habe fast keine Amo. Das größere Problem ist eher, an diese Unterschallmunition zu kommen. Ich würde auch nicht einfach nachgeliefert oder so. Ich glaube, ich habe fast keine Amo. Ach, shit. Ich glaube, ich habe fast keine Amo. Ich glaube, ich habe fast keine Amo. Ich habe fast keine Amo. Okay, die laufen jetzt alle zu unterschiedlichen Seiten. Das wird doof jetzt. Nein, da muss jetzt hier oben noch sein. Irgendwo da. Oben oder unten? Das ist die Frage jetzt. Wo oben kann er nicht sein. Aber oben kann er nicht sein, also muss er eigentlich unten sein. Ne, 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 ich bekomme nicht für jede Aufgabe Unterschallmunition. Also die muss ich mir am Anfang freischalten. Ich habe, oh, hier kommt noch jemand. Ich hatte mir direkt am Anfang welche freigeschalten. Durch die Level-Ups kann man sich die kaufen, als Freischaltung sozusagen. Jetzt kommt da noch einer. Und genau, wenn du die dann hast, dann... Also ich bin jetzt in das Spiel gestartet mit 20 Schuss Unterschallmunition für das Gewehr. Und ich glaube auch für 20 Unterschall für die Pistole. Ist das hier eigentlich irgendwas zum Explodieren? Ja. Boah. Ups. Ich habe natürlich nichts geklappt. Ja, das ist natürlich Bullshit jetzt. Ich habe den Lärm gemacht. Die ganze Basis ist alarmiert. Und jetzt wird natürlich hier schön Verstärkung kommen, denke ich, noch weiter. Ich glaube, ich habe alles verwendet. Das sind mal die roten Punkte, die da jetzt ankommen. Das sind halt quasi die alarmierten Gegner, die auch aktiv jetzt herkommen. So, wo kommt der jetzt raus? Der kommt da raus bestimmt. Ah. Ich glaube es ja wohl. Ich glaube, ich muss jetzt mal langsam das Ding sprengen, bevor hier noch mehr kommen. Das ist natürlich schade, ist die Geräuschtarnung weg, ne? Aber was soll's. So. Ja, Rambo, genau. Hast ja gesehen, wie viel Schaden es mir macht. Also ein paar Treffer. Und ich habe jetzt schon zwei Balken abgezogen. Von dem her. Machen wir das mal lieber nicht. So. Aber es kommt jetzt gerade keiner weiter, oder? Sie haben mich jetzt auch so ein bisschen vergessen, glaube ich. So. Jetzt können wir mal von hier runter gucken. Beziehungsweise gucken wir erstmal auf die Karte. Was haben wir denn noch? Hier haben wir einen Aggressor noch, quasi, der mich angreifen will. Der hier. Hier muss ich noch hin. Ich stelle die Anschlussung rein. Okay. Mal gucken, sehe ich den? Den könnte ich eigentlich sehen. Ah, ja, da ist er. Die kleineren sind auch ziemlich lethal. So. So. Was sagt denn die Karte dann noch so? Den Offizier. Den könnte ich doch eigentlich schon sehen. Ah, den sehe ich auch sehr gut. hier sehen wir noch viel mehr noch viel, viel mehr das muss ich zerstören also ihr merkt ja, ich spiele schon relativ rambo-haft, muss ich sagen man kann es glaube ich noch versteckter spielen ok 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 Ich weiß, dass ich ihn verraten werde, aber ich muss bereit sein, um eine Unwanderung zu verraten. Na, kommt er bis hier hoch, dass ich ihn doch noch kriege? Naja, kommt er nicht. Schade. Hm. Hm. Hm, das war einfach. Das schlackert hier noch um. Die Luga. Ja, die Luga nehm ich. Kann man nochmal wieder... Achso. Oh. Gar keine Unterscheidung von den Zungen. Stimmt, die hab ich ja grad versaut. Oh, hier kommt noch jemand. Oh, hier kommt noch jemand. Was mag der denn sein jetzt? Oh. Weg. Was soll ich denn machen? Eignet er die App für die Passion an. Na gut. Oh, shit. Oh, shit. Hier kommt ein Panzer. Holy shit. Kommt der denn jetzt her? Ach, zur Scheiße. Schiff. Oh, shit. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Glaub mal, dass der Panzer zu stark ist. Jetzt geht's zu dem hier. Was wollte er sagen? Ach. Na ja, theoretisch... Fährt der Panzer einmal drum herum? Und ich kriege kein Problem mit ihm. Nichts. 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 Ah. Woher kommen die denn da alle her? Hab ich die schon alle aufgeklärt gehabt? Hm. Ich denke fast nicht, aber... Oho, da oben ist er. Tja, dann gucken wir doch mal, ob die Mine richtig liegt. Tja. 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 Scheinmal liegt sie nicht richtig. Das gibt es noch nicht. Jetzt muss ich noch den Typen aus dem Turm knipsen. Das gibt es noch nicht. Wahnsinn. Schönen Panzer erledigt. So, wo ist jetzt der eine Typ? Der kommt jetzt zum Panzer. Ach, das sind noch mehr. Was haben die denn jetzt alle? Ah, keine gute Option sich dahin zu bücken. Okay. 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 So, dann kann ich mir nämlich auch die Miene wieder zurückholen. Die lag da eigentlich so gut. Okay. Das wird sehr gut sein. Hä? Wer sieht mich denn? Hä? Sieht mich der Panzer, weil er noch nicht zerstört ist? Wie soll ich das jetzt verstehen? Ist da noch gar keiner mehr drin? Oder etwa doch? Wie soll ich das denn? Komisch, komisch. Ja. Wie soll ich das denn? Wie soll ich das denn? Wie soll ich das? Das ist es lustig. Irgendwo müsste da vorne noch einer sein Ja, das hat er natürlich nett gemacht Schön offensiv da hinten gestellt Das sind ja scheinbar noch welche Ja, das ist ja die frage ist nur wo seid ihr jetzt jetzt zwei die rote werde ich mir auch noch gleich krallen ich Aha. Ist er jetzt rote? Wacht da. Ah shit. Was machen sie denn jetzt? Oh, echt jetzt. Bleibt außer sich! Hab ich ihn getötet? Ne. Das gibt ja nicht. Bleibt unsichtbar! Na, probieren wir es noch mal? Na Mensch, beim zweiten Mal hat es geklappt. So, das Geschütz hatte ich hochgejagt, oder? Ich glaube ja. Machen wir mal das jetzt hier. Ah, das gibt's doch nicht. Da ist ein Foto-Voter hinten. Natürlich. Ich schieß ja auch mit Unterscheid-Munition. Natürlich. Schön die gute Munition verwurschtelt. Warum treffe ich denn nicht? Ach so. Ich hab gar keine freie Schussbahn ab jetzt. Hab ich jetzt erst gesehen, dass das immer orange war. Zum Enden. Hm. Nicht wundern, mein Freund, wenn dir ein Boot fehlt. Ja. 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 Justll schön. Hm, schön aus der Bewegung heraus. Kabum. So, wir gucken uns nochmal um, ob irgendjemand hier was braucht. Kein Scharfschütze bis jetzt, wundert mich doch schon ein bisschen. Ah, hier haben wir doch unseren Freund. Alarm! Kein Alarm! Hier irgendwo hochgekommen? Kann ich hier irgendwo? Gibt's hier noch irgendwas? Natürlich kann man hier hoch. Oder? Ne. Ah, hier gibt's noch was. Waren wir doch schon fast sicher. Gucken wir nochmal hier rein. Was hier noch schönes drin rumliegt. Vielleicht kann man von dem Erbiton Post hier noch was nehmen. Das ist alles. Alles klar, wir haben zwar einen verloren, aber hm, was soll's nicht. Was ist das hier? Da war Pulg an Kisten. Hm. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Hm. Kein freieschuss fällt auf irgendeinen von denen haben wir ne. Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das hier? Was ist das? So, wo gehen wir denn jetzt weiter? Hier ist noch was zum Zerstören. Das hier noch zum Hauptding. Finde ich jetzt leider. Okay. Irgendwo hier vorn muss noch jemand sein. Sogar mehrere noch. Ich bin jetzt auch plötzlich von der Straße schwunden. Das Gantry sieht ziemlich nicht so gut. Das gibt's doch nicht, ey. Jetzt guckt er nicht mehr so weit raus, dass ich ihn treffen könnte. Oh. Das hier kommt zurück. Du ziehst eure gut, boin. Nehmt mehr Bullets. Ich weiß, dass ich alles benötig habe. Ich weiß, dass ich alles benötige. Die Anzeigen von den Nachrichten ist weg. Welche Anzeigen von welchen Nachrichten meinst du? Oh, echt jetzt? Achso, echt, ja? Ja, das kann ich dir gar nicht sagen, woran das liegt. Da müsste ich mal gucken, dann später. Ich denke, der wird das trotzdem weiter counten. Ähm, ja. Muss ich mir nachher mal angucken. Die Frage ist, kommen die jetzt noch her oder kommen sie nicht her? Oh, shit. Ach, da liegt ja noch eine. Hm. Wenn ich mich überlebe, es wundert mich auch immer wieder. Ist ich oben noch eine? Nee. Da oben steht noch ein Offizier und noch einer und noch einer. Kriege ich die anderen auch noch? Wenn sie hochgucken. Nee, okay. Hier ist wirklich eigentlich so einen komischen Weg. Na gut, ich muss das zerstören und mich rechts rüber. Ringstand. Sie wissen nicht wo, sie wissen nur das. Das ist, das ist schon mal gut. So, wenn du jetzt hochguckst, kann ich dich noch mitnehmen. Machst du aber nicht, wa? Oh, muss da noch ein Einzelner sein. Hm. Aber ich muss da noch ein Einzelner sein. na komm schon guck noch mal vorbei komm 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 ach du bist also schuld an den Minen das wäre interessant das wäre höchst interessant alles klar wir haben plötzlich keine Probleme mehr mit irgendwelchen Typen die uns umbringen wollen 3 Schuss noch 3 Schuss noch 3 Schuss noch das hätte mich beinahe umgebracht aber wenn du das als Geschenk ansiehst gut dann sollten wir vielleicht nochmal drüber reden dann 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 Wer... Aha... Mensch, wäre hier nicht alles so rumspringend noch. Hm... Das ist korrekt. TNT ist voll, wäre super. Oh, da sind ja noch mehr. Ach, und da ist ja auch noch so ne Gun. Schön. Tja, schiesse ich lieber auf die Gun? Ich glaube schon. Ja, schiesse ich lieber auf die Gun. Erzähl mir nicht, dass der Typ den anderen Typen ersetzen kann. So klug ist das Spiel, glaube ich, nicht wahr? Sieht nicht so aus. Regenstand, eben eine Posten aus Beton, in den Schlützer eingelassen. Aha. Unterschallgewehrmunition. Na Mensch. Als hätte ich danach gesucht. Wie viel? Zehn Stück. Na gut. Oh shit, 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 shit. Weg, weg, weg. Oh, das werde ich beinahe übersehen hier. Ach ne, hier ist gar nichts. So, jetzt dürfen wir uns aber die noch holen, ja. Denn ich will jetzt hier hin. Oh, hier vorne muss direkt noch einer sein. Ah, da läuft er doch. Ah, da läuft er doch. Ich will jetzt noch sammeln, ja. Geh ich noch. Hier gibt ja auch noch Briefe und sowas alles. Okay, drin scheint da auch noch jemand zu sein. Gott, hab ich Heimweh. Hoch, ins Gehirn gestochen. Alter. Was es hier nicht für absurde Kills gibt. Wie über das Krieger? Schließt ja alle sekundären OSS-Ziele der Hauptkampagne ab. Cool. So, what next? Weiter geht's hier hin. Was? Offizier? Ne. Legge die Operation in Nazi-Slam. Was ist das hier? Versorgung von Kesslers Forschungsnotizen. Okay, beide sind da. Okay, dann hier lang. Hier lang und dann... Jetzt bin ich hier. Okay. Okay. Hm? Jetzt hier hoch. Hm. Unterschall, Unterschall. Diese Angaben sind mit Gewehr. Sehr geil. Hm? Ach, da oben. Shit. Hu, hu, hu. Drei Schuss noch. Sperrgebiet. Sperrgebiet. Noch ein Brief aus der Heimat. Hm, kommen die durch Zufall vor oder haben die irgendwas... ...bemerkt? Ach so. Dann geht's hier lang, sehe ich gerade. Sehr schön. Ich hab wieder Unterschall-Munition für die Pistole. Und zum Ausrasten noch später. Und zum Ausrasten noch später MP-Munition. Und zum Ausrasten noch später MP-Munition. Mhm. Mal gucken, wann das auffällt, dass da jemand fehlt. Ah ja. Jetzt. Mal gucken, was. Scheinmal ist er runtergefallen. Der Offizier mal hat den getötet? Das stimmt doch gar nicht. Jetzt ist der Offizier getötet. Das stimmt doch gar nicht. Hm. Hm. Schöner, sauberer Kopfschuss. Noch ein schöner, sauberer Kopfschuss. Warum ist das hier aus? Ist da. Er. Hm. Er. 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 Gmbh. Sch. schauen wir so wird wird man die anlage so nicht wenn es schön ist mir fast schon ein bisschen zu schade dafür da Sooo, als nächstes steht dann das hier, besorge im Glück Kessler's Forschungsnotizen. Tjaaa... Ich bin jetzt auf der Ebene, heißt es. Oh, da vorne sind alle. Zack, 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 uffs. Zack, zack. Schade, ich dachte... Er steht direkt da. Ja. Natürlich hat man mich entdeckt. Echt, jetzt komm schon noch, komm, 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 komm. Aaaaaaah. Wut, äh... Heck. Ah! Oh! Ah! And these are the ones who could not die. Oh! 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 Den muss man ja auch erstmal finden da unten Aaaaah Ah, jetzt kommt noch zwei Aaaaah So, jetzt muss ich ja nur noch diese Waffe zerstören und diesen komischen Kessler finden Na Mensch, als gäbe es nichts leichteres Leichnam gefunden, ich habe gerade schon gesehen, da kamen schon wieder neue Lassen wir die erstmal kurz laufen Mal gucken, was wir machen Alles klar, Benjamin, wir sehen uns Oh 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 Du wirst sterben! Werde ich das? Er hat eine Granate geworfen! Achso! Führt ihn auf! Dieser Mistkerl, er hat ihn umgebracht! Ist auch noch einer über! Ich kann nichts mehr finden! Das ist nur noch ein Hinweis! Der Steckstil ist ohnehin. Hier unten sind wir immer wieder, Oh mein Gott, das ist der Niveau vor! So, was können wir machen? Wir können ja jetzt... Ah, die Anlage muss ich ja auch noch neutralisieren. Oh. Grundsätzlich ist ja viel los hier noch so an Personal und an Fahrzeugen. Und, und, und. Ich muss nur wissen, wo dieser eine Typ ist hier. Und, und, und. 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 digga das hast du dir nicht gut überlegt gehabt dem moment zu laufen keine gute option schon ja 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 Okay. Oh, come on. 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 Entweder ist ja noch irgendwo ein Scharfschutz unterwegs oder irgendwas anderes hat mich gerade geblendet. Oh, come on. Ich glaube... Schon wieder. Schon wieder. Prost ja. Oh, come on. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Irgendwo muss hier noch ein Scharfschütze sein Ich habe absolut keinen Plan, wo das sein könnte Ich habe ein Scharfschütze Oh, da oben Nein, nein, nein Boah Eigentlich wollte ich gucken, wo er sich gerade aufhält Ich weiss für die Scharfschütze Ich weiss für die Scharfschütze Hmm. Es ist komm schon, komm auch, komm auch, komm auch, komm auch. Wo ist er denn? Warte. 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 Da ist eh auch kein weiter Hier hätte ich auch hochgekommen, okay Muss tatsächlich noch irgendwo einer sein Hm Äh 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Noch zwei Scharfschützen. Das war's für heute. Wo kommen denn die ganzen Typen her? Okay, mit einmal. Okay. 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 So, dann würde ich sagen, holen wir uns mal die Panzer. So, das ist schon mal das Wichtigste. Das war das Zweitwichtigste. So, kann ich auch auf die Kette schießen, oder? Nein. Aber ich bin trotzdem noch einer angelaufen. So, das war das Wichtigste. tja ist jetzt langsam mal ruhig über das wo geht's denn jetzt hin hier erstmal zum geschütz die standen echt hier oben rum, hatten einen stuhl und so und fahrzeuge und dann hatte ich bestimmt dadurch, dass ich die Scharfschütze dann gekillt hatte hab ich mir die Aufmerksamkeit bestimmt rangeholt von den Fahrzeugen und den ganzen Typen und alles ja aber jetzt sollte das ja gegessen sein erstmal mal gucken was da noch kommt ja ja No more to find here. Woah das ist schlecht. Was ist das? Was ist das? Das ist noch das andere Fahrzeug, ich wusste doch, dass hier noch irgendwo eins sein muss. Das Teil sucht aber scheinbar nicht. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Also grundsätzlich hatte der auch einen roten Schlitz. Was ist das? Wie soll ich den denn killen jetzt? Was hab ich denn hier so schönes? Was ist das? 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 Andreas Kessler. Who the hell are you? You're coming with me. What's going on? Am I defecting? OSS seems to think you're very valuable. I hope they're right. Time to get up. What's going on? Nice. Niemals, 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 niemals aufschießen. Schlüsselungseinrichtung und schnell. Nice. Weiter. Zwei Level-Ups. Geil. Zielexperte da. Nei, gucken wir uns. Ach hier, gucken wir. Okay. Ach so. Upgrades, gestoß. Was kann ich noch ändern? Wir haben entschieden beim Fall. Bessere Hälfigkeiten des Verbandes. Scharfschützengewehren gibt es eigentlich kein besseres, aber was ist hier? Hier glaube ich auch nicht groß. Naja, aber Pistolenmäßig geht glaube ich noch was. Die Luga, ah hier ist die Luga, genau. Ah, die kann ich aber nicht. Töte, zehn Offiziere im Nahkampf. Ah, okay, dann kann ich die nehmen. Okay, dann kann ich die nüpfel nicht alles klar tun. Okay. Ja, dann gucken wir uns noch mal das Intro an. Du bist nur eine kleine Mädchen, spielst du mit den Lennart. Was kannst du vielleicht tun, um mich zu tun? Ich war ein Herz. Du kennst das? Ich weiß genau wie du. Du verstehst du mich, kleine Mann? Meine Liebe, du kannst mich nicht töten. Das ist es. Er ist richtig, Sophia. Gib mir die Knife. Du kennst das, wie er seine Precious Rockets bildet? Wie viele Schleifende die Menschen sterben? Wir brauchen sie. Just wie wir brauchen Dinelli. Das Mann ist ein ganzes Schum. Dinelli ist ein mass-murderer Kriminal. Wir brauchen sie. Both of sie. Du, nicht wir. Wir sind besser als das. Du wißt du was? Ich werde dir etwas erzählen, meine Liebe. Soll deinen Lieben Vater. Mein Vater. Was wissen Sie? 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 Die anderen müssen weg. Okay. Aber Giancarlo bleibt. Oder was weiß ich, was du gesagt hast. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich habe die Bläde genommen. Better find out, was er gesagt hat. Sophia! Red Fox calling Mother Hen. Red Fox calling Mother Hen. Receiving you Red Fox. Intercept and destroy truck carrying enemy propaganda. Out. Red Fox. Out. Carl, the partisans have done us a huge favor. What do you mean? Well, Kessler, he told Sophia her father's still alive and being held at an interrogation block somewhere in Giovi Fiorini. Rothbauer. You got it. This is the distraction we needed. We know, Rothbauer and Bohm met about a week ago. Rothbauer is, uh, Bohm's confidant. In my opinion, high up Nazis don't talk. They'd rather swallow cyanide. Rothbauer's just a pawn. See, what we need is evidence of Bohm's plan. What's happened? She's taken the others. All of them. There's an interrogation block ten miles from here. Because of what Kessler said to her? Her father, Carl. Kessler says her father is still alive. Where is this place? At Giovi Fiorini. To the northeast of here. Carl, the things they did to our people in that place. You cannot imagine. Why did she trust Kessler? The details. The details. He knew too much about her father's kidnapping, Carl. Plus. What? Sophia doesn't trust you. Or Weaver. She thinks you betrayed her. Like the OSS betrayed their father. Why did they do the kidnapping part? We're not attempting to rescue you? Exactly. That's quite a stench. Is that your interrogation technique? Ah, you don't have to be a genius to know who's going to win this war. You're quite sure of yourself, aren't you? Why wouldn't I be? I'm unique. I'm of equal value to either side in this country. As such, I cannot be harmed. There's something you're not telling us. How perceptive of you, Lieutenant. I'm dying. My liver is... Kaput. I'll be lucky to see Christmas. Let alone the end of the war. Expect me to feel sorry for you? I expect you to realize why it was so easy to kidnap me. Sophia's father... Died many months ago. You set us up. Dorfman set us up. Ah, all that effort. And I'm of no use to you or the father. I'm, uh... I'm, uh... What's his version? Uh... Uh... Busted blush. Hm. Na toll. Tja. Was ich schön verarscht. Die Sophia ist unterwegs. Der Engel des Todes. Reingelegt und wahrscheinlich in einen Hinterhalt geraten. Tja. Terror ca. lést eine Annie in die Handnecke. Ach, nee... Ah! Ja! Tja. 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 holes. See? Gut, gucken wir mal auf der Karte, wo was ist. Töte Rotbauer. Zerstörige die Lagerstätten. Finde die Route des Propaganda-Lkw heraus. Töten den Scharfschützen. Töten das Scharfschützen oder töte den Scharfschützen. Naja. Na gut. Sehe ich jetzt noch nicht, oder? Von hier aus. Das wäre schon ganz schön krass. Wobei, wenn man da nochmal hochgeht in der Ebene. Ich muss kurz auf der Karte das markieren, wenn ich sehe, wo das ist. Ach Gott, das ist ja da drüben. Ha. Gut. Naja. So. Ich mache jetzt erstmal Schluss. Und werde die Mission dann morgen angehen, auf jeden Fall. Ich danke euch fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen. Bis dahin. Ciao. 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 Ciao.